Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal die Einstellungsoptionen zeigen, die Google AdWords anbietet, also das Targeting, wie können Sie Ihre Werbung ausrichten. Da ist zum einen zu nennen das Anzeigenformat. Sie haben ja die klassische Google AdWords Anzeige, wo Sie wirklich nur sehr wenig Gestaltungsspielraum haben. Sie können zwei Titel und eine kurze Beschreibung festlegen und eine Ziel-URL. Dann haben Sie aber über die sogenannten Anzeigenerweiterungen dann die Möglichkeit, Ihre Anzeige noch weiter zu gestalten. Da gibt es die Möglichkeit der Anruferweiterung, das bedeutet, Ihre Telefonnummer wird dann auch in der Anzeige ausgespielt. Oder aber die Standorterweiterung, sodass Ihre Adresse auch angezeigt wird und eben auch die Entfernung, wie weit ist Ihr Unternehmen entfernt. Dann haben Sie die Sitelink-Erweiterung, wo eben die Möglichkeit besteht, weitere Links und Landingpages innerhalb von einer Anzeige zu definieren. Das ist wie eine Art kleines Menü unterhalb der Anzeige. Und so gibt es eben noch weitere Anzeigenerweiterungen, die Google auch immer wieder ergänzt oder eben auch wieder welche aus dem Portfolio rausnimmt, die Ihnen aber die Möglichkeit geben, eben Ihr Produkt weiter auszudifferenzieren und zu gestalten im Rahmen von so einer Anzeige. Dann gibt es die Möglichkeit, nur im Suchnetzwerk zu werben. Das bedeutet dann, wenn jemand eine Suchanfrage stellt, wird eben in der Suchergebnisseite Ihre Anzeige geschaltet. Das ist die Werbung im Google-Suchnetzwerk. Und dann haben Sie die Möglichkeit, im Display-Netzwerk oder im Werbenetzwerk Werbung zu schalten. Das Display-Netzwerk ist eben ein Netzwerk aus unterschiedlichsten Websites im Internet, die unterschiedliche Themen haben. Und Google nach eigenen Angaben hat hierüber eine Abdeckung von 90 Prozent aller Internetnutzer und kann eben dann kontextuell, also themenspezifisch zu Ihrem Produkt auch wieder Werbung schalten. Also wenn Sie eben das Thema Reisen haben, dann kann auf einem Reiseblog beispielsweise Ihre Werbung geschaltet werden, wenn das eben ein Partnerunternehmen von Google ist. Dann schalten Sie da aber Bannerwerbung. Auch das wieder ein anderes Werbeformat. Aber all das ist, wie gesagt, innerhalb von Google AdWords möglich. Dann haben Sie die Möglichkeit, Ihre Werbung auf verschiedenen Endgeräten auszusteuern. Also Sie können entweder nur auf Desktop-PC Ihre Werbung schalten oder zusätzlich auf Tablets und Mobiltelefonen oder eben nur eins von beidem. Das muss man dann auch wieder produktspezifisch betrachten und sich überlegen, wann macht welches Endgerät denn tatsächlich Sinn. Also wenn ich einen Mittagstisch als Restaurant anbiete, dann kann es sein, dass die mobile Anzeigenschaltung deutlich effektiver ist, weil die Leute eben in der Mittagspause unterwegs sind und gerade ein Restaurant suchen. Sie müssen sich also immer in die Situation der Nutzer hineinversetzen und versuchen zu antizipieren, wie ist der Nutzungskontext in dem Moment, wo ich das Produkt suche. Sie können Ihre Werbung auch aussteuern je Region. Bedeutet, Sie können also ein Produkt haben, was deutschlandweit Interesse erwecken kann oder interessant ist und wo Sie auch einen Online-Shop mit Versand haben. Das heißt, Sie können das dann deutschlandweit vertreiben. Dann können Sie natürlich in ganz Deutschland werben. Wenn Sie aber ein sehr kleines Ladengeschäft sind und eben keinen Versandhandel anbieten, dann kann es auch sein, dass es ausreichend ist, wenn Sie nur innerhalb einer Stadt Werbung schalten. Sie können also eine Umkreissuche festlegen, eine regionale Suche je nach Bundesland oder eben auch nach einem ganzen Land wie Deutschland oder aber Sie nehmen ein Polygonwerkzeug und klicken eben einzelne Bereiche an, die Sie gerne bewerben möchten. Dann wiederum können Sie auch Ihr Werbebudget festlegen und haben so eben sehr genaue Möglichkeiten der Kostenkalkulation. Das heißt, Sie können definieren, ich möchte pro Tag Summe X ausgeben. Das ist das sogenannte Tagesbudget. Und das können Sie sich eben auch hochrechnen, wenn Sie auf ein bestimmtes Ziel hin werben. Sie haben einen Anmeldeschluss beispielsweise oder die Reisesaison, die Ferien gehen zu einem bestimmten Termin los. Dann können Sie eben auch ausrechnen, wie viel Werbung kann ich pro Tag einsetzen und wann möchte ich beispielsweise auch verstärkt Werbung schalten und wann weniger. Das können Sie über das Tagesbudget steuern. Dann innerhalb der Anzeigengruppen und bei den Keywords können Sie einen maximalen Klickpreis festlegen. Also Sie können je Keyword oder je Keyword-Kombination definieren, wie viel möchte ich eigentlich für dieses Keyword bezahlen, wie viel ist es mir wert. Auch das können Sie in Google AdWords festlegen. Und als letztes gibt es den sogenannten Werbezeitplaner. Sie können also da definieren, zu welchen Tageszeiten möchte ich Werbung schalten. Also ist es eventuell sinnvoll, morgens nur Werbung zu schalten oder nur mittags? Oder möchte ich es über den gesamten Tag oder auch nachts? Oder möchte ich eben nur zu bestimmten Zeiten? Und auch die Wochentage können Sie definieren. Also wenn ich ein Ladengeschäft bin, dann kann es sein, dass es keinen Sinn für mich macht, wenn ich sonntags Werbung schalte. Und so können Sie eben die Werbung sehr differenziert aussteuern. Sie merken aber auch schon, da ist eine ganze Menge zum einen Fachkenntnis über Google AdWords erforderlich. Das heißt, Sie müssen die technischen Möglichkeiten kennen und diese dann abstimmen und anpassen auf Ihr Produkt. Also auf die Inhalte Ihres Produktes. Welche technischen Möglichkeiten ermöglichen es mir, mein Produkt so gut wie möglich zu bewerben? Das ist die Frage, die Sie beantworten müssen, wenn Sie technische und inhaltliche Kenntnis miteinander kombinieren.